Herzlich Willkommen, mein Name ist Petok und der Patient des heutigen Tages ist der Artmore 20 Jahre. In einem meiner allerersten Videos habe ich damals einen Artmore verkostet und zwar den Traditional Cask. Der hat mir damals vor langer, langer Zeit für das kleine Geld ganz gut gefallen. Den gibt es mittlerweile nicht mehr. Nichtsdestotrotz hat sich die Brennerei Artmore über die letzten Jahre ein überschaubares Standardsortiment erarbeitet. Zu dem dieser 20 Jahre alte Single Malt Whisky dazugehört. In der heutigen Zeit sind 20 Jahre für ein Single Malt Whisky ein stolzes Alter. Oftmals äußert sich dieses stolze Alter in einem stolzen Preis. Man muss tatsächlich sagen, der liegt etwa bei 90 Euro, ist verhältnismäßig günstig für das hohe Alter. Wenn ich mir mal so die Flasche an sich anschaue, fällt dieses Graue sofort ins Auge, denn bei der Standard Range ist die Farbgebung vom Etikett eigentlich weiß. Hier bei diesem älteren Kollegen hat man es dann in Grau gehalten. Wenn ich mir dann den Rest des Etiketts anschaue, dann steht hier einiges drauf und einiges steht nicht drauf. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass gewisse Argumente oftmals bei den Destillen zu Geld gemacht werden. Das ist so ein zusätzliches Kaufargument. Deswegen schreibt man es drauf und wenn gewisse Angaben nicht draufstehen, ist es einfach nicht der Fall. Hier steht beispielsweise Non-Chill-Filtert. Also der Whisky ist nicht kühl gefiltert. Hier steht aber nichts von Natural Color. Und wer der Whisky nicht gefärbt, wird es draufstehen. Es steht nichts drauf, also gehe ich von der Färbung aus. 49,3 Volumenprozente Alkohol. Hier steht nichts von Cask Strength, also gehe ich auch nicht von einer Fassstärke aus. Was hier draufsteht, Vintage 1996, also der Jahrgang. Und er reifte in First Fill Ex-Bourbon-Fässern und Ex-Isla-Fässern. Bei der Farbe gehe ich davon aus, dass auch die Isla-Fässer Ex-Bourbon waren. Und da kann man jetzt mal schauen, welche Destillen da in Frage kommen. Was ist im Konzern noch so zu Hause? Beaumont und Lafroix gehören eben zum selben Konzern wie Artmore. Das wäre Beaumont Santori. Alles dazu gesagt, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Also eine reine Ex-Bourbon-Fass-Reifung für 20 Jahre. Annähernd 50 Volumenprozente Alkohol. Artmore sagt man immer einen gewissen Rauch nach. Bei den jüngeren Whiskys ist der Rauch am stärksten. Je älter die Whiskys werden, desto mehr nimmt der Rauch ab. Deswegen gehe ich hier einfach mal pauschal davon aus, dass dieser Artmore aufgrund des hohen Alters einen leichten Rauch hat. Aber ich könnte mich tatsächlich auch täuschen. Ja, ich täusche mich. Der hat einen wirklich noch sehr intensiven Rauch für 20 Jahre. Also mit so viel Rauch habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Und der Rauch hat so einen richtig fetten, öligen, rusigen Touch. So kohlig. Und der Rauch dominiert das Aroma. Er ist aber nicht, ja, zu vergleichen mit jüngeren Whiskys. Ich hatte beispielsweise schon 5, 6, 7, 8-jährige Artmore. Die hatten auch einen Rauch, wobei der sehr verhalten im Hintergrund lag. Also der hier ist wirklich für einen Artmore mit diesem Alter sehr, sehr raurig. Hinten dran mit, ja, ein bisschen guten Willen und Fantasie. Also da muss man tatsächlich schon den Rauch ausblenden. Hat man diese Fruchtigkeit von Nashi-Birne. Also Nashi heißt ja eigentlich Birne. Also von Birne-Birne, diese Nashi. Ein Hauch von Würzigkeit ist da und die Eiche liegt da sehr aromatisch hinten dran. Und der gefällt mir. Der ist relativ ausbalanciert, hat wirklich einen intensiven Rauch, der sich über die 20 Jahre schon so ein bisschen in komplexere Aromen abgebaut hat. Und blind hätte ich den wahrscheinlich nicht zur Atmung gelegt. Schwierig, wo ich ihn hingelegt hätte, aber wahrscheinlich nicht zur Atmung. So, jetzt rieche ich mal an dem Glas, den habe ich schon von der Viertelstunde eingeschenkt. Ah, da kommt jetzt tatsächlich eine gewisse Zitrusfruchtigkeit dazu. Also der riecht sich unheimlich frisch für 20 Jahre. Blind hätte ich ihn wahrscheinlich auch nicht so alt getippt. Aber der hat schon ein gewisses Volumen. Er ist auf der einen Seite nicht zu einfach, aber auch nicht zu komplex. Und ich finde es schön, dass man das hier im Preis weitergegeben hat. Denn mit 90 Euro, finde ich, ist er für die 20 Jahre absolut bezahlbar. Sláinte. Der Rauch ist sofort im Geschmack präsent mit einer recht intensiven Würzigkeit und Eichenholznot. Also oft ist es bei älteren, rauchigen Whiskys so, sobald man die im Mund hat und schluckt, baut sich der Rauch so langsam auf. Bei dem ist es gerade andersrum. Der Rauch ist sofort da und baut sich dann nach hinten so langsam wieder ab. Und äußert sich dann im Abgang in einer intensiven Eichenholznote, die nicht bitter ausfällt. Aber der Rauch ist so richtig ölig, rusig, aschig hinten raus. Ist echt so, als würde man einen hölzernen Aschenbecher auslecken. Was sich jetzt nicht schön anhört, aber in Kombination zu diesem Whisky hier durchaus angenehm ist. Der Abgang ist lang. Man hat wirklich viel Asche und viel Ruß im Abgang, was man mögen muss. Ich mag es, deswegen gefällt er mir ziemlich gut. Auch so einen Hauch von Frucht hat man jetzt noch im Mund. Eine gewisse Süße ist auch da, also der hat schon Komplexität. Die man vielleicht jetzt nicht sofort riecht, der braucht halt einfach einen Moment Zeit. Karamell auf jeden Fall auch als Süße da. Und die Frucht, die switcht jetzt wieder so ein bisschen, geht jetzt eher weg von dieser Naschi hin zu so getrockneten Apfelscheiben. Also jetzt würde ich ihn jetzt verriechen, würde ich sagen, es ist vielleicht ein älterer, etwas schwach gereifter Bowmore Whisky. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Fässer hier von Bowmore kommen. Denn er kriegt jetzt auch so einen leicht ledrigen Touch. Also interessant, sehr komplex, der verändert sich mit der Zeit. Den Whisky kann man lockerflockig mal eine halbe Stunde, Stunde im Glas geben. Immer mal wieder dran riechen und man wird immer wieder was anderes finden. Und das bedeutet Komplexität, also nice. Es ist schön, man hat schon wirklich direkt den Rauch im Mund, wenn man ihn im Mund hat, schluckt. Der Rauch ist sofort präsent. Eine gewisse Würzigkeit ist da, eine gewisse Eichenholzfracht zusammen mit dem Rauch. Macht den Antritt sehr intensiv. Der Alkoholgehalt ist toll, der gibt dem ganzen Dampf. Der Rauch flacht dann über den Geschmack bis zum Abgang hinweg langsam ab. Äußert sich dann letztendlich in so einer Aschigkeit, in so einer Öligkeit. Bisschen Eiche ist da, bisschen Würz ist da. Und der Schwelligfrucht, die Apfelringe, vielleicht auch die Nashi. Und hinten raus ist dann eine schöne Balance da, also Abgang sehr stark. Eine gewisse Süße kommt dazu in Form von Karamell. Aschige Eiche, aschig wäre nicht so nice. Und so eine gewisse Würzigkeit. Also unheimlich komplex, im Aroma ein bisschen verhalten vielleicht. Der braucht Zeit, aber im Geschmack, da packt er wirklich die Rote aus und sagt, jo, 20 Jahre ist ein bisschen mehr als No Age Statement. Also 90 Euro für diesen Single Malt Whisky, absolut angemessen. Wer auf Rauch steht, der Tiefe hat, wer auf Bourbon Fass Reifung hat und mal über den Isla Tellerrand hinausschauen will, vernünftigen Preis ausgeben will für einen alten rauchigen Whisky. Der ist hier sehr gut bedient, mir hat er gut gefallen. Und mich würde es nicht wundern, wenn der am Jahresende der beste Ex-Bourbon Fass gereifte wird. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!